Hier Johnny, teste mal die neue Knie-Bandage von Thuazni. Thuazni? Ja klar, einer unserer Partner hier. Blaues Logo mit dem weißen Engel drauf. Sei es doch Chwan. Ich dachte, du kannst Französisch. Ja klar. C'est Thuane. 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 Wings for your health. Thuazne. Nein, man sage das Thuane. Non. Thuane? Non, c'est Thuane. 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 Wings for your health. Hey, hey Oli. Hast du meine Thuane-Bandage gesehen? Meine was? Diese graue Bandage mit dem blauen Streifen. Haha, du meinst die hier. Spricht man aber Thuazni aus. Mon dieu, c'est Thuane. 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 Wings for your health.